»Erzähl mir von ihnen«, sagte Leo. Klaus Teddy zog die Nase hoch. »Soll ich wirklich erzählen?«, fragte er. Leo nickte. »Wir wohnten ganz lange in diesem großen Spielzeuggeschäft«, sagte Klaus Teddy. »Wir saßen nebeneinander im hintersten Regal. Papa Bär saß rechts, dann kam ich, dann Mama Bär und neben Mama Bär saß Onkel Gustav. Abends, wenn die Türglocke nicht mehr bimmelte und Herr Heimreich abgeschlossen hatte, wurde es richtig gemütlich. Dann brannten nur noch die bunten Lichter im Schaufenster und Robert, der Roboter, funkelte mit seinen grünen Augen. Dann rückten wir etwas enger zusammen und Onkel Gustav fing an zu erzählen. Onkel Gustav kannte die schönsten Geschichten. Am liebsten erzählte er von Hongkong. Da war nämlich die große Spielzeugfabrik und Onkel Gustav konnte sich ganz genau erinnern, wie wir gemacht worden sind. Die Frauen saßen an großen Tischen. Sie nähten uns Glasaugen ins Gesicht und den ganzen Tag lang spielte eine Flötenmusik im Lautsprecher. Manchmal sangen die Frauen mit oder sie summten oder sie sprachen von ihren Kindern und von ihren Männern und von den Häusern und Hunden und Katzen. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.